Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever hier. Ja, ich mache noch weiter, aber ich habe mit dem Spiel in letzter Zeit oder in den letzten Monaten ziemlich große Probleme gehabt, beziehungsweise eigentlich würde ich jetzt einfach mal sagen, gar nicht mit dem Spiel, sondern eher mit dem Workshop. Dass nämlich sämtliche Mods, die ich abonniert hatte, verschwunden sind. Also das sind mittlerweile, glaube ich, 10, 15 Stück oder so, die fehlen. Die muss ich also jedes Mal, wenn ich den Spielstand laden will, muss ich diese erstmal deaktivieren, dass ich den Spielstand laden kann. Das funktioniert dann auch. Das ist ja weiter nicht schlimm. Ich habe halt auch eine Zeit lang versucht, das zu beheben, deswegen sind keine Videos gekommen, unter anderem. Und das nächste, was halt auch ist, was ziemlich nervig ist, ist das, dass ich Mods habe, die aktiviert sind. Ja, und auch nicht aus dem Workshop verschwunden, aber beim Laden immer irgendwelche Lua-Federmeldungen rausgeschmissen werden. Das Deabonnieren und Neu-Abonnieren, dieser Mods hat leider auch nichts gebracht. Ich weiß, welche Mods das sind. Mir bleibt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts weiter übrig. Ich habe mir die aufgeschrieben auf dem Zettel und deaktiviere sie auch jedes Mal, bevor ich den Spielstand lade. Weil ich wollte eigentlich nicht schon wieder den Spielstand vergessen und neu anfangen. Das hatte ich ja aufgrund von Hardware-Problemen und auch fehlerhaften Mods bei dem Spielstand, den ich hier vorhatte, dass ich neu anfangen musste. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf, hier schon wieder einen neuen Spielstand anzufangen und auch nicht hier auf YouTube irgendwie mal einen Spielstand zu haben, wo ich über 1900 rauskomme. Nur bei dem anderen Spielstand habe ich auch nach den ersten, weiß ich nicht mal, 20 Folgen oder so aufhören müssen. Und das war mir einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, zu blöd, hier schon wieder neu anfangen zu müssen. Und ja, ich hoffe jetzt, dass das jetzt hier noch länger vernünftig funktioniert. Und ja, so, ich wollte mich hier heute mal den Bussen widmen. So, zack, ich wollte die Busse hier mal neu, also eine neue Linienführung verpassen, weil dieses hier, wie die Busse hier fahren, dieses im Kreisfahren, das ist gar nicht mein... Also gefühlt im Kreisfahren, das ist gar nicht mein Ding, das geht mir gegen den Strich, wenn ich da so einige, manche Kollegen hier auf YouTube sehe, wie die hier so ihre Linien bauen. Ich werde jetzt hier auch keinen Namen sagen, da ich in den Kommentaren bei dem relativ bekannt bin. Aber das ist auch kein Hate, ich gucke ihn gerne. Aber ja, das ist halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das geht mir irgendwie so ein bisschen gegen den Strich, das weiß ich nicht. So, ich habe mir jetzt gedacht, dass wir den Bus hier langfahren lassen, denn... Hier... Hier... Oh man... Da ist eine Haltestelle, dann machen wir hier noch eine hin. Und dann machen wir hier noch was. Ach ja, ich habe mir jetzt hier auch noch ein paar... Ähm... 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 Mods, wie man sieht, äh... 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 Runtergeladen. Vielleicht wäre es halt... Äh... Doch ganz sinnvoll... Äh... Ganz... Ähm... Ähm... Sinnvoll gewesen, vielleicht doch nicht so viele Mods runterzuladen. Wie gesagt, hier mit dem... Ähm... Mod-Problem hier... Mit den UR-Fehlermeldungen und so. Hm... Ja... Das wäre... Ja, war vielleicht nicht so schlau, aber... Äh... Das Vanilla-Spiel ohne Mods. Da sind... Äh... Hier zumindest in Transport Fever 1. Ähm... Ähm... So wenig... Äh... Fahrzeuge drin. Äh... Dass das irgendwie auf Dauer... Ähm... Dezent... Ähm... Ja... Langweilig wird. Upsala... Naja, diezent langweilig, ja doch kann man sagen, aber... Äh... Äh... Ja... Ach, kann man ja Busch-Spur hier erst ähm... 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 Später bauen oder... Also in äh... Weiter fortgeschrittenen... Ähm... Dingens oder... Weil ich dachte, dass man in den... Original-Straßen hier von Transport Fever... Äh... Schon relativ... Ähm... Früh... Ähm... Ähm... Na hier sag schon, ähm... Busch-Spuren bauen kann... Egal... So... Linie 1... Äh... Ja... Warum... So... Zack... Hier... 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 Und dann zurück zu 1... Und ab dafür... Also und ähm... Gerade mir, was mir hier gerade noch einfällt... Ich hab hier... Ähm... Da hab ich gar nicht dran gedacht... Und da hab ich hier oben... Ähm... Ähm... Diese Güterlinie hier eingebaut... Also nicht Güterlinie, sondern hier über... Äh... Hier ist ja der... Eine-Person-Bahnhof... Dann hab ich hier oben den Güterbahnhof eingebaut... Hier runter... Der hier unten auf die Linie aufschließt... Und dann hier drüben... Hier weiter führt nach hier drüben... Das hab ich ähm... Irgendwann mal äh... Ausprobieren wollen... Und da hab ich privat... Das gespielt... Und da hab ich dann... Aus Versehen... Ähm... Den... Let's Play... Spielstand mit... Ähm... Überspeichert... Ja... Und so ist diese Güterlinie jetzt hier schon mit drin... Ähm... Das ist... Blöd gelaufen... Aber vielleicht gar nicht so schlecht... Da wir hier auch ein bisschen mehr Moneten haben... Ja... War keine Absicht... Aber... Ja... Sei's drum... Ist jetzt halt drin... Das wollte ich eigentlich irgendwann mal zu einem völlig anderen... Und späteren Zeitpunkt... Ähm... Hier einbauen... Aber... Ja... Nun ja... Sei's drum... Ist dann jetzt halt so... Ist dann jetzt halt so... So... Hier wollte ich mir jetzt grad mal... Ähm... Das sind aber... Ähm... Die alten Wagen hier, ne? Ja... Zeig mir mal hier grad die Linie... Der Zug hier... Der hat neuere Wagen dran... Der hat 60 Leute... Die er mitnehmen kann... Er hier hat... 96... Ach... Das ist aber gar nicht der... Okay... 96... Nein... Quatsch... Zeig mir noch... 48... Okay... Dann... Nochmal zumachen... Dann ist... Er hier der einzige... Okay... Gut... Dann müssen wir die anderen zwei... Immer noch... Ähm... Na, bevor du stehen bleibst... Und das ist schon der... Neue... Okay... So... Warte mal... Was haben wir hier? Das ist die Hauptlinie... Das ist hier... Bus 2... Der führt hier auch so... So bescheuert durch... Könnte man... Ja... Ja... Weiß ich nicht... Ähm... Aber den lassen wir mal... Gerade noch... Ich wollte jetzt mal... Ähm... Ich wollte... Ich wollte mal... Ich wollte mal... Aha... Aha... Ist... Der... Ah... Hier habe ich die Linie... Gerade... Gerade durchgebaut... Okay... Ja... Und hier habe ich auch... Auch wieder so ein... Blödsinn gebaut... Na egal... So... Ähm... Dann gucken wir jetzt mal hier... Weil... Das nervt mich ein bisschen... Dass der Bus hier so... Kauderwelsch fährt... So... Bus 2... Zack... So... Dann reißen wir die Haltestellen mal... Ab hier... Zack... Zack... Die auch noch... Die da auch noch... So... Und jetzt bauen wir den... Also die Haltestellen mal... Neu auf... Ja... Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ähm... Dann hier rum... Und da jetzt hier... Ja... Dann hier... Ja... Ja... Hm... So. So, und dann bauen wir das da oben. Okay, machen wir jetzt einfach so. So, zack, zack, zack. Zurück. Hier. Und dann da und dann die eins rein, oder? Wobei. Warte mal. Ja. Das machen wir nochmal weg. Die haltestellen hier auch nochmal weg. Die setzen wir dann vielleicht doch lieber hier hin. So. Hier hin. Hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann da. Hier. Ja. Hier. Da. Und dann hier wieder zurück. Und dann zu eins. Und jetzt. Ab dafür. Ja. Hier nochmal zu der Sache, was ich gerade erzählt habe. Hier am Anfang mit dem Problem der Mods. Ich habe dann auch aus dem Trainfever-Forum mit jemandem geschrieben, der dann zu mir meinte, ich solle immer den Mod-Onder absichern. Das habe ich tatsächlich auch gemacht, bevor diese ganzen Mods und Lua-Fehler gekommen sind. Das Problem an der ganzen Sache war nur, das Einfügen von dem gespeicherten Mod-Onder in den Mod-Onder von Transportfever hat dieses Problem in keinster Weise behoben. Das Problem wurde dadurch eigentlich noch größer, weil nach dem Einfügen von dem Mod-Onder das Spiel, oder der zu ladende Spielstand noch mehr Überfehler ausgespuckt hat. Ja. Das kann ich dann also auch nicht machen. Ja. Das ist halt ein bisschen doof gelaufen. Ich hoffe halt, dass der Spielstand jetzt irgendwie noch zu retten ist. Ja. Du kannst mal gerade schnell ins Depot fahren. Machen wir mal schneller. Da habe ich jetzt gerade deswegen ja Buslinie umändern verpennt. Hey, hallo, Zug, du sollst ins Depot fahren. Ja, und ich wollte jetzt auch mal gucken, dass ich die Folgen ein bisschen kurzer mache und nicht mehr so eine halbe Stunde, weil ich weiß nicht, ob die Leute hier so großartig Bock drauf haben, sich so lange Folgen anzugucken. So. Ähm. Das ist eine, was haben wir denn hier, eine Cap? Cap 2. Oh, die kann sogar 70 fahren. Das ist eine, was ich übliche. Also. Das ist ein bisschen darstellt. Und so. so 30 so 90 so dann gehst du wieder auf Personenzug also ich sollte vielleicht auch mal an den Zug noch wieder die Lok dranhängen nein wo ist die Lok hin habe ich jetzt die Lok verkauft oder was ja das war jetzt ganz schlau ne ach scheiße ach nö da ist er ja warum sagt er mir na egal das hat jetzt keiner gesehen ne welche Linie ist das hier eigentlich das ist Zug 2 warte es sind 1 2 3 4 5 6 7 8 ok dann auf Linie 2 sind zwei Züge drauf der 72 der 60 da machen wir mal auf Personenzug 3 die drauf haben wie viele sind hier drauf Personenzug 3 auch 2 ok Personenzug 2 der hat 72 und der 60 und der 60 was haben wir denn hier drauf Personenzug 3 war bayerisch und und so hier haben wir auch die alten Wagen drauf diese D13 das sind noch die ganz alten die nur 40 fahren können ne äh ja das müssen wir bei Gelegenheit auch mal ausbessern so ähm Personenzug 3 das ist der hier da gucken wir mal vielleicht dass wir da noch die die Wagen drauf kriegen welche Lok ist hier eigentlich drauf ähm die D13 ok das ist auch noch die ganz alte äh naja da würde ja auch einfach erstmal für den Einzug hier ne neue Lok reichen aber die sind alle so verdammt teuer äh ja so den zug lassen wir jetzt hier gerade schnell noch mal ja nicht je nachdem aber mal gerade noch ein bisschen schneller dem wagen wollte ich gerade dem zug wollte ich gerade noch vier wagen verpassen und die restlichen vier wagen da verpassen und dann so ab dafür und den verpasst man auch gleich eine neue lok so wenn wir die wagen daran geklatscht haben und die neue lok darauf gepackt haben wird das für die folge auch erst mal gewesen seien tiefen nicht genug was auch sehr schön so linie zuweisen personenzug 3 ab dafür so habe er gesagt wenn ich den zug losgeschickt habe schluss da ist so ich sage auf jeden fall schon mal danke fürs zu sehen ja danke fürs zu sehen und bis zum nächsten mal und ihr wisst ja lämchen nach oben ein träumchen und aber vielleicht wenn es euch gefallen hat auch also bis zur nächsten folge